Wenn er da ist und sich demnächst auftaucht, dann bin ich echt der glücklichste Mensch der Welt. Oh mein Gott. Das ist zu arg. Ganz ehrlich. Neue Warpacklinge. Da kriegt immer einen Blüttropfen mehr dazu. Da ist eine Flasche. Wow, was schlafen ich da? Hört sich denn das an? Schrecklich ist doch das. Wow. Nicht schlecht. Wie knapp das war. Das war ziemlich knapp. Das war sehr knapp. Auf was laufen die hier? Das ist doch... Das ist doch mehr als eklig. Und da kommt er wieder. Und da... Das ist der Schweinehund. Das ist der Schweinehund. Ah, okay, okay, erwischt. Ups, ja, mach schon, äh, Alice, volle Pulle, volle Pulle, habe ich gesagt, alles noch nicht, okay, machen wir jetzt eben so. Ja, wenn es aus Reichweite ist, kann ich auch nichts machen. So. Ups, okay. Okay. Solang es nur zur Fall ist, mir egal. Ah, der Strahl sieht jetzt auch ganz anders aus, okay. Da kommt doch jetzt der andere wieder. Kann gar nicht anders sein. Aber vorher wird es geheilt. Ja, vorher wird geheilt. Oh mein Gott, Leute, das ist zu arg. Ganz ehrlich. Und wie viele Blumen habe ich eigentlich begonnen in dem Spiel? Ich glaube mit fünf, kann das sein? Fünf Blumen? Kommt, glaube ich, hin. Ich habe nichts gesehen. Da geht's, denkst. Hopp. Ah, da hätte ich mich doch auch nochmal halten können. Okay. Auf geht's. Hopp. Immer in zwei Zähne. Wuh. Zack. Hilfe uns, Alice. Rette uns, Alice. Lass uns nicht allein, Alice. Lass uns nicht zurück, Alice. Bleib bei uns. WTF? Ähm. Ich glaube, ich habe da irgendwie irgendwas für mich mitbekommen. Beziehungsweise, Ike falsch verstanden. Ah! Knapp verfehlt. Aber das macht nichts. Nein, nicht schon wieder verfehlt. Ah, Gott. Nein. Nein. Hey, scheiße. Hopp. So, Alice. Jetzt was. Nein. Wo geht's weiter? Da nicht. Kann mir kaum vorstellen, dass... Nur wegen dem... Wartet. Da bin ich hergekommen, oder? Da hinten bin ich doch hergekommen, oder? Ich guck mal. Ach. Schade. Wäre zu schön gewesen. Ah, okay, da, dann muss ich. Hopp. Das ist mein Zahn. Dich nehme ich mit. Hopp. Nein. Nein. Ähm. Psst. Herrgott. Bitte. Ähm. Jo. Hallo. 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 Warum kann... Warum kann ich bitteschön nicht öfters als zweimal springen? Hallo. Warum kann ich nicht öfters als zweimal springen? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt aber. So. Und wehe, mein Freund kommt wieder. Mein... Überall ist geliebter. Abzweigungen. Gott, ey. Schön. Nein. Mir fällt überhaupt nichts ein, worüber ich reden kann. Ah, doch, doch. Mir fällt was ein. Und zwar, ich habe eine Wette mit Robin gemacht, die ich höchstwahrscheinlich verlieren werde. Es ging darum, dass ich es schaffe, Robin dazu zu kriegen, in den... In Hobbit die Schlacht... In der Hobbit die Schlacht der fünf Heere ins Kino zu bringen. Ich werde diese Wette höchstwahrscheinlich verlieren. Und meine Wetteinlösung war, dass ich die komplette Crysis-Trilogie spiele. Im Nachhinein ist mir dann auch klar geworden, ich hätte diese Wette nicht abschließen sollen. Aber... Aber... Ja, gut. Man hätte ja versuchen... Man hat es ja versuchen können. Aber... Ähm... Ja... Das... Ding... Das... Geht höchstwahrscheinlich in den Eimer. Der Robin freut sich höchstwahrscheinlich über diese Nachricht, wenn er sie jemals erfahren wird. Wow! Das macht dann wieder zwei Zähne. Ach... Ich will jetzt hin. Was passiert denn hier? Alles. Okay. Hab ich irgendwas erfasst? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Das ist alles Dreck. Ja! Ganz knapp am Rand vorbei. Okay. Lass uns nicht mehr. Ja... Äh... Nää. Äh... Härgatsagtemida war... ...normal. Nää... Nää... Ne... Nää... ...nää... Habe ich da irgendwie irgendwas, das mich wieder hochkatapultiert? Also, dann pfeife ich mal auf die Zähne. Da kriege ich sowieso noch genug. Wo geht's jetzt lang? Okay. Das bleibt fest, denke ich mal. Wartet, kann ich eigentlich damit auch den Weg erleuchten? Weil das wäre ja hammergeil. Schwach, aber es geht. Ich schaff das. Ich schaff das, Leute. Ich schaff das. Aber scheiße, knapp war's. Hätte nicht unbedingt so knapp sein müssen, aber ich bin froh, dass ich's hab. Ich meine, es ist zwar nicht viel, was man da erwarten kann, aber es reicht doch für einiges. Für ein kleines bisschen, wenigstens. Ich glaub wohl kaum, dass dadurch jetzt mein Weg zur Königin irgendwie erweitert wurde. Aber ich mein, wer weiß ja nicht, ne? Oh doch, das war sogar notwendig, dass ich das mach. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na, kommt schon. Was zu fack. Was zu fack. Okay schon. Geh, mach schon wieder. Mach, wie ist das? Mach, wie ist das? Mach, wie geht es? Mach, wie geht es? Mach, wie geht es? Unterfliege endlich mal in deiner Einzelteile! Scheißte Fall, du Planner! Autsch! Ich bin ja eigentlich ausgewichen, aber... scheint er ja nicht zu verstehen. Ach, geh schon weg! Die letzte Fratze muss doch irgendwie noch liegen. Mach schon! Mach doch mal hin! Jetzt! Jetzt! Und wieder runter! In eine weitere Ebene! Nein! Warum kann ich hier nicht einfach mal zur Seite springen? Muss doch irgendwie gehen! Das Spiegelbild gibt bisweilen mehr von der Realität preis als das gespiegelte! Oh! Okay! Okay! Was? Und tot! Ähm... Ah! Okay! Also die patrouillieren bloß! Also die patrouillieren bloß! Fuck! Weiße Richtung! Aber so muss ich's machen! So ist richtig! Scheiße! Aber so muss ich's machen! Und rüber! 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 Und rüber! 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 Erfolg! D ressort! Tja! Dessert! 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 Dessert!